Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Champion Strike! Lass uns das einfach mal anschauen. Also du bist der neue Kommandant, freut mich dich zu sehen. Jo, ich mich auch. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert. Ich bringe hier die wichtigsten Regeln zuerst bei, denn wir haben nicht viel Zeit. Das sollte für dich ein leichtes sein, Kommandant. Diese Regeln werden dir im Kampf helfen. Ich mache das mal ein bisschen leise im Hintergrund. Werden dir im Kampf helfen, aber da es unendlich viele Konter gibt, sind die Ergebnisse eines Kampfes unvorhersehbar. Interessant nun ja, lass mich erklären. Oben befindet sich der feindliche Champion, das ist der dann hier oben, der gegen dich kämpfen wird. Jedes Mal, wenn du den gegnerischen Champion besiegst, erhältst du einen Punkt. Halte deine Abwehr aufrecht, Champions erscheinen 20 Sekunden nachdem sie besiegt wurden wieder. Als nächstes ist der Turm das wichtigste Objekt in der Arena. Du hältst einen Punkt für das Zerstören eines Turms. Wenn du es schaffst beide Türme zu zerstören, gewinnst du unabhängig der Punktezahl. Dies ist ein Perfect Victory. Jetzt ist es Zeit für ein Kampftraining. Wenn der Kampf beginnt, wird der Champion automatisch ausgewählt. Versuche in den angezeigten Bereich zu tippen. Gut gemacht. Ja, ist nicht so schwer. Als nächstes lernen wir den Umgang mit dem Champion. Oh, Feind, Locke den Feind zu deinem Champion. Schnell, schnell. Wow, siehst du, du hast verteidigt ohne jeglichen Schaden zu erhalten. Beschweren wir diesmal unsere Einheitenkarte. Krieger 1, also Level 1. Augen strahlen. Versuchen wir die feindlichen Türme mit unserer Einheit anzugreifen. Okay. Kannst du die erweiterte Kartenzone sehen? Je näher der Champion an der feindlichen Basis ist, desto größer ist die Einsatzzone. Befehle die Einheit hierher und zerstöre den Turm. Oh mein Gott. Ein Turm weniger. Der gegnerische Champion ist sehr nah bei uns. Das ist unsere Gelegenheit, Kommandant Tipper auf den feindlichen Champion, um anzugreifen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen besser gelöst. Also hier kann man tatsächlich ein Stück weit selbst auch mit eingreifen. Ein großer Erfolg beseitigt den feindlichen Champion und erzielte insgesamt 2 Punkte. Wie zuvor kann ein Champion gegnerische Champions Türme und Einheiten angreifen, indem er sie direkt als Ziel wählt. Sollen wir den übrigen Turm zerstören? Versuche eine Karte auszuwählen. Oh, Warnung. Eine Gruppe von Feinden wurde entdeckt. Du musst da raus. Schnell. Die Karte ist jetzt ausgewählt. Tippe auf den Champion Button. Zieh dich jetzt in unsere Basis zurück. Das war sehr knapp. Es hätte gefährlich werden können. Wärst du etwas langsamer gewesen? Was? Der Spawn schon wieder? Los. Nutze was du gerade gelernt hast und versuche den verbleibenden Turm des Feindes zu zerstören. Okay. Dann würde ich mal sagen. ein bisschen komischen. Ich glaube das läuft nicht wirklich gut. Okay. Das haben wir geschafft. Da haben wir auch schon eine Truhe. Das sieht sehr gut aus. für den Sieg bestätigen. Okay. Also macht mir auf jeden Fall einen sehr, sehr soliden Eindruck. Das geile daran ist, dass man eben hier im Gegensatz zu Rush Wars zum Beispiel, dass man hier schön sogar noch eingreifen kann. Perfekt kann man dann bitte nennen wir deinen Namen. Nein. Herr gleich. Herr gleich YouTube Kollege. So. Herr gleich. Wir können sofort und gleich. Gucken wir mal wie viel wir eingeben können. H15. Das reicht nicht. Sofort und gleich. Herr gleich YouTube. Bestätigen. Wirklich cooler Name hier. Ich weiß. Dankeschön. Es gibt eine spezielle Belohnung, die auf dich wartet. Sollen wir uns diese gemeinsam ansehen? Natürlich. Tippe auf den angezeigten Bereich. ganze Belohnung sehen. Du erhältst die Truhe nach einem gewonnenen Kampf. Lass uns auf die Truhe tippen. Entsiegeln. Mhm. Die Truhe wurde entsiegelt. Was wohl in dir steckt? Schauen wir doch mal rein. Gold. Eine neue Kanone. Augenstrahlen. Und ein Krieger. Okay. In deinem Deck angesehen werden. Okay. Du kannst hier dein Deck bearbeiten. Upgrades für Karten durchführen. Du kannst hier ebenfalls deinen Champion auswählen. Ich werde auf dich bei der Kampfseite warten. Also lass die Zeit und schaue dich hier mal um. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Machen wir mal ein Upgrade. Ist ja schon Level 2. Hier machen wir auch ein Upgrade. Level 1. Cool. Bestätigen. Sehr nice. Dann haben wir. Vergleichen. Üben. Ah. Da unten haben wir was Neues. So. Das ist jetzt halt die Frage. Gesammelte Karten. Ob das Sinn macht. Das einzusetzen. Ich habe keine Ahnung was das hier ist. Info. Das ist ein Gebäude. Hier. Nicht genügend Karten. Normal. Typ Gebäude. Bodenziel. Anzahl der Karten. 1. Du hast. Okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich werde jetzt mal. Ja. Ich habe ja nicht viel. Ich habe einen realistischen Anfängerkampf für dich vorbereitet. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ja. Ist ja kein Thema. Machen wir mal. Wie sieht es denn hier im Shop aus? Ah. Okay. Also wir gehen in den Kampf rein. Und starten damit einfach mal. Oh. Gucken wir mal gegen wen wir kämpfen. Aus Brasilien. Cocalitri. So. Machen wir mal so zwei, drei Kämpfe und dann schauen wir mal. So. Ich habe natürlich keinen Plan was ich hier tue. Mal. 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 Ja, das ist es. man merkt dass ich noch keinen plan habe von dem was ich da tun der war ziemlich stark jetzt irgendwas somit ich heilen kann ja 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 ich würde mal sagen der macht mich ziemlich fertig der kerl in denen habe ich keine chance gegen den habe ich keine chance coca litri hat gegen mich gewonnen okay also das war jetzt ja das hat wie getan macht aber nichts ja probieren wir es halt noch mal vielleicht von den philippinen koko raffi cool schau mal sehr geil koko raffi von den philippinen schnell zurück schnell zurück schnell zurück schnell zurück schnell zurück Okay. Oh mein Gott Todd! Das erste Ding von ihm habe ich auch Down. Oh mein Gott! 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 jawohl ich habe es geschafft ich habe mein erstes match gewonnen gegen koko raffi von den philippinen jawohl oh mein gott das war richtig richtig crazy alter vater da geht es richtig zur sache das ist einmal oh mein gott jawohl sehr sehr geil ja dass wir schon machen entsiegeln dauert ja zum glück nicht so lange und schau mal gold magie sperre und ein zwerg okay da müssen wir schauen was das vereint ist der gutes oder nicht deck steht es darum den kann ich auch gleich upgraden vier stück habe ich nicht okay okay bodeneinheit selten so was ist denn der hier normal level 2 kriege trefferpunkte 15 22 251 schaden was hat der oh mein gott taus ist oh mein gott das ist natürlich geil er kommt da würde ich sagen dann machen wir noch einen kampf gegen wen kämpfen jetzt auch wieder malaysia tintos merkt man dass das jetzt momentan eher im asiatischen raum noch gespielt wird aber es sieht auf jeden fall mega interessant aus das teil gleich drauf und gleich weiter pressure 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 kommt und kriegen wir gleich staunen haben wir gleich down ja das haben wir geschafft 32 mein gott nein 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 das war jetzt nicht gut oh mein gott oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein und eine nein und eine nein und eine nein jawohl oh mein gott jesus maria und josef das war jetzt eine heiße nummer jawohl strike geil stetigen mega cool mega mega cool das hat ja richtig bock gemacht jetzt so damit habe ich wieder eine das war ein großartiger kampf nun sollen wir uns gegen spieler aus der ganzen welt kämpfen sollen wir gegen spiel aus der ganzen welt kämpfen lass uns zum wettkampf gehen war das jetzt kein wettkampf entsiegeln gold ein krieger die magie späre oh mein gott ein dunkler zauberer oh mein gott mein gott was haben die denn überhaupt normal war nicht so viel schaden was macht der 1094 anstelle von der da oder was hatten die wort die katzen schützen ja machen wir es so ja müsste ich eigentlich noch mal schnell ein einkampf müsste ich noch mal machen einen weltkampf kommen wir machen mal ein weltkampf schau mal ein kampf mache ich jetzt noch ich bin es gerade so gehypt von dem ding hier ist echt geil ist echt cool das muss man sofort zeigen ist cool das teilen gefällt mir sehr gut wo wieder aus brasilien das gefällt mir jetzt weniger gut oh mein gott ich muss mich zurückziehen ich muss mich zurückziehen nein 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 oh mein gott das ist nicht gut gelaufen jetzt bitte 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 oh mein gott mit was kommt der denn da an das sieht über irgendwie überhaupt nicht gut aus gerade also die dinge hat er auf jeden fall auch noch am start am stüssel so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, was ein heißer Kampf, was ein heißer Kampf, was ein heißer Kampf Oh mein Gott, das habe ich verloren, das Ding habe ich verloren Also eins kann ich schon mal sagen, die Leute aus Brasilien sind hier, oh, da kriegt man sogar Rangpunkte abgezogen aus Brasilien Die sind schon ziemlich krass Philippinen war einfacher Ja geil, so was gibt es da noch hier, Blackstar, fortgeschrittenen Filter Sachsen Power Singapur Da ist ein Mitglied in Sachsen Power Kaisers Armee Gehen wir mal da rein, gucken wir mal Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben Da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal Und schaltet es das nächste Mal wieder ein Wenn es wieder heißt Champion Strike Mit mir der Mann gleich Schaut rein, macht es gut, bis dann und tschüss